Und mit den Fünferreisen, Nancy, wirklich? Wie jetzt? Ganz nicht verirren. Da hinten fährt der Bus mit den schlechten Dolfern, Nancy. Kannst du mit einsteigen? Vielleicht wird sie nicht. Dafür war jetzt die Leistung jetzt ein bisschen scheiße. Da kommt Nancy. Oh, are you kidding me? Nancy, double bogey, so bärlich. Das schaffe ich nie. Ich finde, bei GTA fehlen noch so simple Features, wie richtig hinhocken oder hinlegen. Ja, auf Steuerung kannst du dich halt anschleichen. Du hast so ein geiles Talent dafür, Nancy. Ich hab Punkte gut machen, Gott sei Dank. Nancy auch. Ich sag nichts. Es ist gemein zu lachen. Das ist nicht mehr schön. Ernsthaft? Aber sie freut sich. Jawoll. Ne, sie muss selber ran. Das heißt, ihr müsst alle selber ran, ne? Wie hin? Nicht unbedingt. Ne, Paul. Ich hab keine Lust mehr. Ich glaub, ich schneid das mal zusammen. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Ja.